Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Daylight. Leute, ich, ich weiß nicht, ich werde sterben bei diesem Spiel, ich werde so sterben. Ich hasse dieses Spiel eigentlich so hart. Ich frage mich, warum ich das jetzt gerade spiele, ich werde vergehen bei diesem Spiel, ich werde da schon mehrere Folgen davon drehen, keine Sorge, aber... Auf 1, 1 geht auf jeden Fall klar, ey. Ich hasse dieses Spiel so hart, ich hasse es. Nja, ah, scheiße. Oh, eine Spinne. Alter. Der Typ sagt zu mir, ich muss es schaffen, aber dabei weiß der gar nicht, wie unheimlich das für mich eigentlich ist. Heftling 52 hat offenbar Visionen von Schattenmenschen, die anwesenden Ärzten versuchen, fortlaufen, konventionelle Therapien, aber ich glaube, wir müssen uns um neue Prozeduren Gedanken machen, die unseren bisherigen Erkenntnissen neue Anstöße verleihen. Na, Sarah, no matter where you go, there you are. Egal, wo ich hingehe, da bin ich. Ah, ja. Weißt du eigentlich, wie unheimlich das für mich ist? Mid-Island-Haftanstalt bekommt neuen Chefarzt, 5. Februar 1907. Die Mid-Island-Haftanstalt hat vor kurzem den Namen ihres neuen leitenden Arztes verlautbar, Dr. Walter Mercer. Er ist als führende Persönlichkeit der Pocken- sowie Tuberkulose-Forschung bekannt. Neff Kipling freut sich einen so talentierten und leidenschaftlichen Rekruten, der bereitwillig den Kampf um die Gesundheit dessen Bürger aufnimmt an Bord willkommen heißen zu dürfen. Wenn die jetzt hier so eine coole Anstalt haben, ey. Beziehungsweise wenn die hier wirklich, keine Ahnung, so gut hier mit den ganzen Ärzten und so weiter klargekommen sind. Was ich da nicht verstehe ist, wieso ist es so weit gekommen, dass sie jetzt so heruntergekommen ist? Ich meine, hier sieht doch alles verschimmelt aus, hier sieht alles schlecht aus. Selbst die Wände sehen ja demoliert aus. Die Kartons sind irgendwie verschimmelt, ich weiß auch nicht. Das ist doch nicht mehr normal. Zwei Briefchen haben wir hier noch. Okay. Ein Foto von einer toten Kuh. Das findet man ja immer gerne. Eier, wie er meint. Mid-Island-Hospital-Patient-Court-File-Datum 4. April 1988. Akte-Patient-13-Lauf. Sehr vielversprechend war das jetzt aber nicht. Alter. Schwierst du mir nachher wieder so in die Hosen scheißen, wenn die erst wieder hier ist? So renne ich doch? Ja, so renne ich? Ja, genau. Ich muss immer den Finger schön auf der oberen Taste haben, sonst werde ich nämlich hier nicht dieses Spiel spielen können, Leute. Weil, ganz ehrlich, ich muss vor der Weg rein von dieser Rollen, ey. Gott, diese Mochel. Ich kann nur vier Leuchtstäbe mitnehmen. Was denn das? Oh nein. Ich habe Angst. Aber hier geht's nicht weit. Ich habe noch einen Zettel mit mir übersehen, oder kann das sein? Welchen Zettel habe ich hier übersehen? So, bloß es sind fünf oder so. Fünf oder sechs Zettel. Ich muss mich mal nochmal genau hier umsehen, ob ich irgendwo ein Zettel übersehen habe. Das Ding ist, hier ist der Eingang, hier waren wir ja schon. Aber hier scheint weit und breit nichts zu sein, ich weiß auch nicht. Jetzt muss ich mich darauf konzentrieren, dass ich es irgendwie hier rausschaffe. Unangenehm. Vor allem, wenn diese Mochen wieder auftaucht, Alter. rennt auch vor die Ecken rum, Alter. Ja, aber hier ist doch nichts mehr. Es sind keine Zettel mehr. Nix. Hier ist nix mehr. Ich habe irgendwo einen Zettel übersehen. Aber wo soll das sein? Ich glaube, wir können auch ewig so weiter rennen. Dann kann das sein. Trotzdem macht mir das voll Angst gerade. Scheiße. Wo ist denn hier noch ein Zettel? Hier ist doch nix mehr. Kann ich hier die Dinge aufmachen? Ähm... Äh... Kann ich nicht. Ja, dann soll ich doch hier irgendwo jetzt reinkommen, oder wie ich? Hä? Hier sind nirgends mehr Zettel. Hier ist doch nix mehr. Hier ist doch weit und breit nix mehr. Ich scheitere schon daran, Türen hier aufzumachen. Das ist ja wohl nicht wahr. Oder kann das sein, dass ich die Leuchte da vorne irgendwie benutzen muss zum Test? Wäre das möglich? Weil hier liegen doch keine Zettel mehr rum. Wo soll hier noch ein Zettel sein? Ich bin hier in der ganzen Gegend rumgelaufen. Das kann nicht sein. Ja. Mit Haar voll, du hast viel Leuchtstäbe. Ja, ist klar. Oh, jetzt geht's los. Okay. Trotzdem gruselig. Mit Island Hospital Patient Recode File. Datum 4. März 1988, Akte Patient 13. Die Patientin, alter 10 Monate vorher, wurde von ihren Pflegeeltern aufgrund seltsamer und beängstigender Zwischenfälle, die kurz nach ihrer Einlassung aus dem Krankenhaus auftraten, wieder eingewiesen. Was? 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 Boah, hör auf damit, ey. Ich krieg ja jetzt schon Schauder, alter. Alter. Weil wenn du dann immer Angst haben musst, dass hier irgendjemand rum ist, alter. Boah. Höh. Hiss. Hiss. Hilfe. Ich hab Angst. Na super, ne Sackgasse. Man kennt ihn. Mit Island Hospital Patient Recode File, Datum 9. April 1860, Akte Patientin 06-B. B. Mr. Ernest Goodman hat der Patientin ohne Genehmigung des behandelten Arztes einen Stoffbären gegeben. Mrs. Goodman wurde verwarnt und bis auf weiteres von der Kinderstation einem anderen Bereich zugeteilt. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Sag bloß, die hat ihre Regeln gebrochen. Natürlich brech halt einfach die Regeln. Ich weiß, dass jemand hier ist. Madame. Was? Wisst ihr, man muss auch immer Angst haben, dass sie gleich vor allem hinter einem auftaucht oder so. Der große Spiel in einer Anstalt sind immer die Schlimmsten. Und die Bessen. Hiss. 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 Ich hab nicht auf die 1 gedrückt. Alter. Ach, Scheiße. Ich sollte noch mal eine Signalfackel finden, falls die jemals auftauchen sollte. Oh, hier ist das Siegel. Das ist schon mal sehr vielversprechend. Ich hab schon wieder einen Leuchtschafter gefunden, aber ein Leuchtschafter hilft mir ja nicht. Okay, hier haben wir das Siegel. Das ist schon mal ganz gut, aber das hilft mir nix. Wenn die Tusk gleich auftauchen sollte... Leute, ich renn weg. Ich renn weg. Ich spiel heute, glaub ich, zwei Stages und dann verpiss ich mich wieder direkt, weil... Ich hab so viel Angst vor der. Wisst ihr, vor der Frau muss man Angst haben. Scheiße. Geht es hier weiter? Vor allem, ich muss so weit runter rennen. Das ist so untypisch. Ich hab so das Gefühl, jedes Mal, wenn ich hier entlang laufe, könnte was Schlimmes passieren. Ich bin auch so ein Mensch, ich hab vor solchen Sachen echt scheiße Panik. Boah, wenn die vor mir auftaucht, ich schwör's. Bei mir ist es vorbei. Hast du mal einen Leuchtschafter gefunden? Das hilft mir ja nix gegen die Frau da. Haa. Hilfe. Ich mach's nach meiner Aufnahme. Dafür muss ich aber zu... Wow. Dann äh, die hat ja jetzt Nachtisch. Alter, Leckfett. Scheiß Mobbing-Spiel. Mach ich. Adam. Adam. Ich glaube, ich habe das Ding gesehen, von dem du das letzte Mal gesprochen hast. Ich weiß nicht, was zum Teufel es ist. Aber es ist bestimmt kein Mensch. Es hat mich einfach angestarrt und ist verschwunden, als ich mein Licht drauf gerichtet habe. Billy sagt, ich hätte Schatten gesehen. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Le... Irgendetwas stimmt da unten nicht. Ich werde beantragen, dass sie mich versetzen. Georg. Ja, Georg, mach das mal. Lass dich versetzen. Mid-Island-Hospital. Inzident. Reportfiel. Datum. 7. Juni 1936. Betrefft Patient 279. Der Patient hat berichtet, er würde bei Nacht schemenhafte Gestalten in seinem Zimmer sehen. Das Personal wurde angewiesen, seine Wahnvorstellungen mit Nachsicht zu behandeln, um gewalttätiges Erhalten wie bei Patienten 15 Beobachtung zu vermeiden. Der Patient bleibt in seinem Zimmer unter leichter Aussicht. Okay, das heißt, alle hatten hier etwas an der Klatsche. Kann das sein? Weil ich meine, wenn die hier alle eingeliefert worden sind... Okay, das Bett ist auf, wie verspreche ich ein Tier. Okay. Hä? War hier noch ein Zettel? Ja, hab ich fast übersehen. Mid-Island-Hospital. Patient-Record-File. Datum. 9. September 1937. Akte Patient 27-C. Der Patient ist auf unerklärliche Weise über Nacht verstorben. Der Leichnam-Bode heute Morgen von der Schwester während der Vorbereitung für die Elektroschock-Therapie entdeckt. Der Leichnam-Bode in die Leichnale überstellt. Die Einäscherung ist für diesen Abend ausgesetzt. Äh, Abend angesetzt. Der Patient hat keine weiteren Angehörigen. Ja, super. Das findet man ja natürlich immer toll, ne? Man ist gerade... Man hat gerade so... Keine Ahnung. Höh! Höh! Was willst du jetzt? Ja, hau mal lieber an. Aua! Alter. Oh, ich hasse diese Frau. Ich hasse sie. Der geht ihm ja auf den Sack. Muss ich jetzt lang. Ich geh mal hier lang. Hier ist eine Sperre. Der irgendwie muss ich doch da jetzt weiterkommen. Wenn mein Leuchtschalb jetzt gleich ausgeht, ey. Was? Warte mal, ich bin da oben noch nicht lang gegangen. Geht's hier weiter? Ja. Mach ne neue an. Mach ne neue an. Ich will nicht alleine sein. They weather in flames, Sarah. Use it to your advantage. Dr. Mercer. Pflegerin... Pflegerin... Pflegerin Forster hat sich darüber beklagt, dass Krankenwärter William Farish manchmal stundenlang während seiner Schichten verschwindet. Und wenn er wieder auftaucht, sind seine Hände und Hosen so schmutzig, als hätte er Dreck gegraben. Wenn sie ihn darauf anspricht, macht er einen verwirrten Eindruck und fragt, wo er sich waschen kann. Das ist die vierte Beschwerde innerhalb von zwei Wochen. Über Farish und ich fand, Angelegenheit sollte an sie weitergeleitet werden. Percy. Ja, super. Dass er das an ihn weiterleiten wollte, ist ja super. Mid-Island-Hospital-Patient-Record-File. Datum 8. September 1937. Aktiv-Patient 27-10. Der Patient ist körperlich gesund. Sein Geisteszustand verschlechtert sich jedoch. Zusehen... dass... die Zwangsjacke wird ihm nicht abgenommen. Und er bleibt unter ständiger Beobachtung. Der Patient schreit fortwärmend, dass das Labyrinth endlos sei. Seine Schreie verheilen weder Tag noch Nacht und erreichen von tiefen, monotonen Gesängen. Bis hin zu fieberhaften, schrillen Geheulen. Für morgen früh wurde eine Elektroschock-Therapie angesetzt. Achso, der war psychisch krank also. Okay, gut zu wissen. Wie die meisten. Was ist hier dran? Signalfackel gefunden, das ist gut. Geschichte von Neff Kibling. Das einst kleine Fischerdorf Neff Kibling wuchs zu einer Stadt voller eifriger und optimistischer Menschen heran. Die Stadt brauchte aufgrund von Überbevölkerung und knapper Ressourcen andere Wege, um ihre Einwohner zu versorgen. Hau ab, du Kack-Sau. Hau ab, du Kack-Sau. Alter. Wie so. Alter. Scheiße, ich hasse es. What the hell? Alter, ich habe irgendwie gerade Angst. Ich muss aber rennen, ne? Wo bin ich? Was? Ich renne einfach, ich renne einfach, ich renne einfach. Shit, shit. Verdammt, renn doch weiter. Nichts hallo, Alter. Nichts hallo, Alter. Verdammt, diese Kasse. Oh mein Gott, was war das? Ja, das Siegel. Scheiße. Reiner, reiner, reiner. Ah. Das Siegel. Oh Gott. Ich hasse das. Oh Gott, Leute. Ich muss immer aufpassen, dass die mir nicht hinterherläuft. Oh Leute, wartet mal kurz. Ich muss erst mal ein Stückchen trinken. Ich muss mich gerade beruhigen bei diesem Let's Play hier, ey. Das ist nicht mehr wahr. Oh Gott, 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 Gott. Gott, das ist weh. Ich hasse es. Oh, ich war gerade auch drauf, dass ich vielleicht irgendwann mit der Folge beenden kann. Ja, ich würde sagen, aber... Ich würde sagen, ich lese mir jetzt hier noch die Zettel durch und dann beende ich das mal. Sonst, Digga, ich erschrecke mich zu sehr von, ey. Auch wenn Tag ist, ich habe so hart Angst. Alter, die macht mich anders fertig. Ich meine, das Schlimme kommt ja noch, Digga, wenn die ständig vor einem auftaucht, ey. Die alle. Mit Island Hospital Z.H. Alle Mitarbeiter, wir verstehen, dass sie ihre 10-minütigen Pausen nicht immer vor dem Gebäude verbringen können. Das bedeutet allerdings nicht, dass sich Gegenstände im Archiv verschieben und als behelfsmäßiges Raucherzimmer nutzen können. Egal, wie geräumig es ist und wie hoch die Decke auch sein mag. Wir haben mehrere Angestellte dabei ertappt, die sie Kisten mit Versorgungsmaterial verschoben und übereinander gestapelt haben, um daran hochzukettern und sie als Aussichtsplattform zu verwenden. Diese Gegenstände sind keine Turnungsausrüstung. Das Kettern auf Kisten mit medizinischem Versorgungsmaterial wird nicht toleriert. Verwaltung. Eier. Das heißt, die Verwaltung hat damit ein Problem, wenn die Leute da hochklettern auf diese Kisten und dann darum machen. Also das ist verständlich. Mit Island Hospital Z.H. Alle Mitarbeiter letzte Nacht gegen 19 Uhr gab es einen Stromausfall in dieser Einrichtung. Der unglückliche Zeitpunkt hatte zufolge, dass ein Patient in kritischem Zustand nicht in die Notaufnahme überstellt werden konnte. Und dieser auf den Gang hinter der Sicherheitstür des Archivs verstarb. Um solche Tragödien in Zukunft zu vermeiden, möchten wir alle Angestellten, die nicht zum Wartungspersonal zählen, darauf hinweisen, dass die Sicherheitstür nicht funktioniert, wenn es zu einem Stromausfall kommt. Bevor die Tür geöffnet werden kann, muss zuerst der Schutzschalter zurückgestellt werden. Bitte machen Sie sich mit der Lage des Netzschalters im Archiv vertraut. Verwaltung. Das ist hier der Schalter, oder wie? Er scheint mal nicht zu funktionieren. Okay. Also hier haben die das immer zurückgeschalten, wenn dann sowas war. Ja gut, Leute, dann will ich sagen, wir stoppen hier erstmal, weil ganz ehrlich, das ist mir gerade etwas zu gruselig, hier weiter rumzulaufen. Vor allem, wenn die Woche da rumläuft, ey. Oh, Leute, anderer Herzen, fangen gerade in den Krieg. Vor allem, wenn die vor allem auftaucht, so, man denkt sich nichts Böses, plötzlich steht die da und dann so Leuchtfackel ziehen und dann aus den Zug rennt. Habt ihr ja gerade gesehen, hab ich ja auch gemacht. Ich bin einfach zu ihr, äh, auf sie zugerannt und hab sie einfach erschreckt und so richtig, und sie so richtig, weee! Und im Zimmer vorher ist sie auch rumgegeistert, weil die gewusst hat, dass ich eben da diesen Gegenstand gefunden hab. Und das Ding ist halt, Leute, wenn ihr dieses Spiel jemals spielen solltet, merkt euch, wenn ihr einen solchen Gegenstand in der Hand haltet, in der linken, könnt ihr keine Signalfackel oder, äh, einen Leuchtstab benutzen, solange ihr den Gegenstand in der Hand habt und ihn noch nicht zum Siegel getragen habt. Beste Idee ist einfach, wenn ihr erstmal erkundet, wo das Siegel sich befindet und dann erst, äh, den Gegenstand holt, weil das ist besser, dann wisst ihr wenigstens, wo ihr hinlaufen müsst, ein bisschen die Gegend erkunden gehen, ihr wisst schon, wie ich das meine, und dann holt ihr euch den Gegenstand und lauft zum Siegel, weil da lauft ihr nur verwahrlost rum und dann findet ihr euch irgendwann. So ging's mir mal, als ich's letztes Jahr gespielt habe, das war anders eklig. Sie hat mich einfach gefunden, Leute. Sie stand hinter mir und ich hab drauf gewartet, dass sie irgendwann von selber abhaut. Weil ich wollte mich nicht umdrehen, ich wollte nur warten, bis die endlich mal weg ist. Die Frau hat mir anders Angst gemacht, aber gut. Ja, wie schon gesagt, Leute, ich würd sagen, wir stoppen hier an dieser Stelle lieber, weil ich hab, äh, keine, ich hab keine Lust, dass ich hier jetzt noch, keine Ahnung, Herzinfarkt krieg. Und ja, Leute, ich hoffe, euch hat's wie immer gefallen, gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nix mehr zu verpassen, auch gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn's euch gefallen hat, Leute, weil da muss man ziemlich Eier haben, das Spiel zu spielen. Ich meine, das ist jetzt zwar die erste Folge von vielen, aber, Leute, keine Sorge, ich werd das entweder nächste Woche noch so wieder am Wochenende spielen, oder halt in der Laufe der Woche irgendwann mal. Werden wir das noch weiter verfolgen, hier im Spiel. Aber, für das Erste reicht's mir, Leute. Ich würd mich auch gerne über einen Kommentar freuen, was ihr dazu zu sagen habt, Leute, wie das so ist, und so weiter. Und dann würd ich sagen, bis zum nächsten Video, Leute. Peace. Peace.